herzlichen willkommen zu einer weiteren folge wir machen hier weiter spotten und stroh pressen er wird hier nichts da muss ein traktor quasi noch ein traktor er braucht noch eine weile das ist so einfach Folge Nummer 5 in der Woche Freitag Ich habe mir alle im Mod untergeladen Da kann er schwatten Das wäre auch eine Variante Muss ich mal schauen Ob das hier zutrifft Trifft nicht zu Ich würde mal einen Platz suchen Das ist ungünstig Das Gewicht holen Schiepig Schiepig Schnell Strohpressen Schiepig Schnell Musik Schnell Schnell Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und wenn der durch ist ja dann müsste ich schon dann wird gleich düngen anders kann man ja auch einen grünen zweig so wenn ich meinen stellen so Das ist eine gute Idee, die ich habe, das ist eine Flamme. jetzt wäre eine zweite Presse nicht schlecht wenn der andere braucht lange ist gerade angefangen weil der fertig ist platz machen für den dünner steuer und dann ja 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 jetzt brauchen wir sie mal ein so hofer Die Dalschüge teilen von Weiten. Aber es war ja teurig, ne? War auch nicht mal 8 Uhr im Spiel. Tja. Wenn Strom drin ist, verkauft ist. Dann, ja, der nächste Arbeitsgang, Aussaat. Ich verleg mal auf die Hirse nehmen, Hirse. Und nebenbei muss noch BGH, die Lager reingeworfen werden, beziehungsweise reingefahren. Dann stelle ich mal hier vorne hin, bei dem U. Dann werden wir den Hänger nehmen. Wahrscheinlich für Hopfen. Probieren wir mal aus, ob das mit dem Traktor und dem Hänger besser ist, leichter geht. Das Mehlwerk lang am Hof. Das Mehlwerk lang am Hof. Das Mehlwerk für Hopfen. Das Mehlwerk ist bereits da. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Da wird auch die Reparatur fällig, sehe ich gerade so. Dann brauchen wir noch einen Erntekurs. Andere Steinwerk, andere Breite. Ich hoffe, der Ton passt. Ich habe nicht kontrolliert. Na, Schatten vom Baum. Blendflug. Da ändern sich neben, ne? Wird besser. Gut, wenn wir da außen gehen. So, dann mal den Erströckchen. Cool. so let's what else so speiern wir ab während ich bin im Eisgeriss gut aus doch gut aus soweit ja fast fertig das wollte ich mal kühle kauen so schön mal über führungskurs für haupt ein weil dann wollen ja gleich einmal silage verkaufen einmal strausagen strauballen auch lecker kaufen so so dem freunde landwirtschaft das soll es für die heutige folge gewesen sein ich habe es hat euch gefallen ich habe über einen like freuen jetzt mal danke auch gerne mein abo das kostet euch nichts es würde mich über freuen ansonsten hören und sehen wir uns zur weiteren folge am samstag